Und ich glaube, genau das macht sie für uns zu so einem großen Vorbild. Und wir haben jetzt vor, meine Damen und Herren, dass wir so eine ganz kleine Hommage an sie machen. Es ist wirklich keine Kopie. Es ist eine kleine Hommage an eine großartige Künstlerin, Tina Turner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020